Matik, jetzt wollen wir uns mal kurz unterhalten über Ihr Thema. Wie ist Ihr persönlicher Umgang mit den Büchern? Also meine Einstellung zu den Büchern ist auf jeden Fall positiv. Ich mag Bücher lesen, obwohl ich nicht immer die Zeit habe, um die Bücher zu lesen. Ich finde die Bücher, wie gesagt, eine ausgezeichnete Unterhaltungsform. Wenn ich nur Zeit habe, nehme ich ein Buch, das mich besonders interessiert und lese ich es. Ja, danke. Inwieweit trägt die Schule dazu bei, dass die Jugendlichen gern oder nicht gern lesen? Was meinen Sie? Ja, also es gibt zwei unterschiedliche Perspektiven. Manche junge Menschen wollen die Bücher nicht lesen und deswegen, dass sie in der Schule lesen müssen, nehmen sie ein Buch und es gibt auch die Jugendlichen, die gerne lesen, aber nicht diese Bücher, die sie in der Schule lesen müssen. Also die Schule kann hier eine Hilfe sein, aber auch kann bei diesem Buch, bei diesen Interessen ein bisschen stören. Ja, danke sehr. Was meinen Sie, von wem sollte das Lesen von Büchern gefördert werden? Auf jeden Fall sollte ein Mensch schon von der Kindheit den Kontakt mit den Büchern haben. Also hier spielen die Eltern die wichtigste Rolle. Sie müssen den Kindern lesen und ihren Kindern schon von Anfang an den Kontakt mit den Büchern garantieren. Ja, danke sehr. Haben Sie noch Fragen? Danke, keine Frage. Nein, danke. Vielen Dank.